Unglaublich. Neuer Ampelskandal. Die jüngste Studie, die enthüllt, dass LNG sogar klimaschädlicher ist als Kohle, hat für einen Schock in der politischen Landschaft gesorgt, insbesondere für das Wirtschaftsministerium und die Ampelregierung unter Olaf Scholz. Diese Offenbarung untergräbt nicht nur den Kern der Energiepolitik der Bundesregierung, sondern stellt auch die bisherigen Erfolge bei der Errichtung von LNG-Terminals in Frage, die als großer Schritt zur Sicherung der Energieversorgung gefeiert wurden. Die schnelle Umsetzung dieser Projekte, oft als Paradebeispiel für effiziente Infrastrukturprojekte dargestellt, wird nun von einer bitteren Wahrheit überschattet. Die Umweltbilanz dieser Maßnahmen könnte katastrophaler sein als ursprünglich angenommen. Dabei liegt das Problem nicht nur im CO2-Ausstoß, der bei der Verbrennung von Gas ohnehin schon geringer ist als bei Kohle. Vielmehr ist es das Methan, das während des gesamten Prozesses, von der Gewinnung durch Fracking bis zum Transport in LNG-Tankern, freigesetzt wird. Methan ist ein extrem starkes Treibhausgas und wirkt etwa 80 Mal stärker als CO2 auf die globale Erwärmung. Diese sogenannte fugitive Emission tritt vor allem beim Transport und der Verarbeitung des Gases auf, was bedeutet, dass trotz aller Bemühungen, LNG als saubere Alternative zu präsentieren, die Wirklichkeit weitaus düsterer aussieht. Diese Erkenntnisse haben schwerwiegende Folgen für die Glaubwürdigkeit der Ampelregierung und ihrer Energiepolitik. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat LNG als entscheidende Säule der Energiesicherheit präsentiert, insbesondere nach dem Wegfall russischer Gaslieferungen. Doch diese Strategie, die auf Kosten der Steuerzahler LNG-Terminals aus dem Boden gestampft hat, könnte sich nun als Trugschluss entpuppen. Während die LNG-Terminals nicht einmal ausgelastet sind, zahlen die deutschen Bürger dafür die Zeche, sowohl finanziell als auch klimapolitisch. Die Debatte erinnert an eine ähnliche Fehlentscheidung in der Vergangenheit, die ideologisch getriebene Energiewende, die seit Jahren mit enormen Kosten und minimalen Erfolgen kämpft. Die hohen Investitionen in grüne Technologien wie Wasserstoff und grünen Stahl, die sich zunehmend als nicht wettbewerbsfähig und unprofitabel erweisen, folgen demselben Muster. Anstatt marktfähige Lösungen zu finden, werden Milliarden in Technologien investiert, die weder den Unternehmen noch dem Klima helfen. Mit Blick auf die kommenden Jahre wird es spannend zu beobachten sein, ob und wie die Ampelregierung auf diese klimapolitische Katastrophe reagiert.